Hallilallo zu Tag 15. Ja auch wieder so zwischen Staubsauger und aussortieren. Kleiderschrank technisch schnell mal die Nummer 15 aufmachen und dazu natürlich auch drehen. Und wir fangen auch direkt an. Da habe ich wieder das kleine hier von der lieben Lisa und das ist ein Roshi Sample, das weiß ich schon. Und da haben wir heute ein ganz ganz süßes, das rosa hier mit den Herzchen. Das ist so ein dunkles Pink. Sehr sehr schön, danke meine Süße. Und wir haben hier die Nummer 15 von Pinky Rose Bianca. Schaut auf jeden Fall auch mal bei ihr auf dem Kanal, denn wir haben uns ja gegenseitig so einen Kalender gemacht und wenn ihr neugierig seid, was ich ihr so fertig gemacht habe, dann schaut einfach rein bei ihr. Oh, das sieht immer so lieblos aus. Ui, ui, die sind ja schön. Das sind Dekobänder und die sind wirklich super, super schön. Gefallen mir sehr gut, danke meine Süße. Diese Farben sind natürlich gigantisch. Hier dieses Lila und das Pinke hier mit diesen Schmetterlingen. Das ist ein richtig schönes Pink. Sehr 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 schön. Gefällt mir sehr gut. Da freue ich mich. Und das war es auch schon. Wir sind schon wieder durch. Das ist ja immer ganz knapp und kurz. Das war die Nummer 15. Die Nummer 16 liegt ja immer hier so parat. So sieht es aus. Das ist dann morgen die Nummer 16. Und das. Ja. Aber dazu erst morgen. Tschüss meine Lieben. Tschau.